Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fischfleisch bei StarCraft 2 Legacy of the Void. Hallo, Jack. Es riecht nach Fisch und Fleisch. Ein bisschen. Was kann es sein? Das lag da schon länger, ne? Das liegt locker schon eine Woche. Aber wir werden es essen. Wir spielen weiter, Kurp-Mission. Bitte. Geil. Achso, ich muss noch bereit. Ja, ich drücke jetzt hier auch bereit und dann geht's los. Ich spiele weiter hier mit Vorazun. Leute haben gesagt, spiel mal was anderes. Ich will die halt hochleveln. Und ich habe auch gesehen, es ist weiblich. Es tut mir leid. Achso. Hattest du schon fälschlicherweise behauptet, sei männlich. Ja, ich habe er gesagt oder so. Oder er oder den oder... Es ist das Alien. Ja. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich nicht. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen vielleicht. Und wir müssen jetzt hier Sachen machen. Du hast jetzt drei Folgen zum Üben und in der vierten kriegst du auf den Sack. So war der jetzt der Plan. Oh, 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 oh. Das heißt also, wir spielen jetzt hier Fischfleisch erst einmal Missionen und dann... Jaja, dann gibt's... Also mal gucken, was ab der nächsten Folge passiert, weil jetzt hätten wir dann ja alle vier Missionen in der normalen Schwierigkeitsstufe. Ich glaube ja, aber das besprechen wir dann nach dieser Folge, dass wir schon ab der nächsten Folge vielleicht gegeneinander spielen. Ich weiß es noch nicht. Achso, na gut. Wir können ja mal wieder ein Zwei gegen Zwei machen. Oh. Aber das ist jetzt nur am Rande, weißt du, um hier die Zeit zu überbrühen. Arken Mode, den haben wir ja bisher jetzt immer verkackt. Also ich weiß nicht, ob das unser Spiel ist. Ah, jetzt mal. Ja, wir müssen üben. Das war. Es ist eine reine Vertrainierung. Vertrainierung. Herr Fleischhunde. Es ist eine Finalisierung nötig. Es ist eine Optimalisation nötig. Optimalisierung, richtig schön. Ob da mal. Ob da mal. Ob da kon. Ob da mal die Fresse hieß. Ob da mal. Das erfahren wir dann gleich nach der Werbung. Wahrscheinlich. Können ja einen schnitten. Seht aber ganz schön lange. Das ist hart, ja. Dafür, dass wir jetzt einfach nur so ein bisschen gegen die KI spielen. Aber natürlich, da muss natürlich alles geplant werden, ne. Es ist ja alles, muss alles überlegt sein. Was muss denn geplant sein letztes Jahr? Ja, du musst ja plus eins, plus eins rechnen. Eins, null, null, ein, null, eins, eins, null, null, eins, null, eins, null, eins. Und dann diese ganzen If-Then-Befehle. Weißt du, es ist nicht so. Es ist ein ganz schön großer Haufen von Text. Du meinst, je länger es lädt, desto schwieriger wird's. Jajaja. Wenn wir jetzt auf ganz hart spielen würden, müssten wir jetzt mal eine halbe Stunde. Okay, oh mein Gott, geht los. Es geht schon richtig los, oder was? Ja, es geht schon richtig los. Okay, ähm. Ja. Bass, ähm. Okay. Okay, zerstören sie... Zerstören sie die Shuttles? Sieben verbleibende Wellen dürfen nicht mehr als acht Shuttles entkommen. Hä? Kein Problem. Okay, also Shuttles. Das heißt, wir müssen irgendwas hier antiluft und so. Sieben Shuttles. Es dürfen nicht mehr als acht entkommen. Hä? Okay. So, ich brauch den ja nicht wegschicken hier. Okay. Ich brauch schon mal Gas, ne. Ach, du könntest mal hier hinloben. Oh, oh. Einfach nur der Vollständigkeit halber. So. Ja, ja. Du brauchst schon mal Gas. Siehst du, gute Idee. Gute Idee. Ich baue lieber schon mal Gas. Was da in der Mitte? Das müssen wir... Okay. Habe ich die richtige Mission ausgewählt? Die hatten wir noch nicht. Nee, nee, nee. Das kann ich auf jeden Fall so noch nicht. Direkt eine Queen hinterher. Okay, okay. Du sagst... Du sagst, ich nicke. Du sagst, ich nicke. Ach so, ich brauch ja... Das Geile ist, ich hab ja hier orbitale Asimilator. Das hab ich ja schon mal irgendwann festgestellt. Während der Aufnahme. Ich brauch keine Leute in mein Gas-Ding schicken. Das macht der von alleine, ne? Macht der einfach so. Das ist total geil. Das ist dann hier plus vier. Na gut, das dauert natürlich ein bisschen länger, glaub ich, ne? Äh... Ja gut, aber ich brauch halt keine Leute da rein. Ich weiß gar nicht, ob das länger dauert, weil die müssen ja auch da hinfahren und zurückfahren und das müssen sie ja jetzt nicht. Wo sind jetzt die Queen hin? Willst du mich verarschen? Wo ist eigentlich die Queen hin? Aha. Jetzt baut er erst die Queen. Shit. Das war jetzt dämlich. Wir sind sehr lange da. Wir sind noch ein bisschen Gas. Jaja, das war jetzt nicht so schlau, aber ist nicht so schlimm, Jack. Äh, ist okay. Also, ich könnte damit umgehen. Wenn das denn so weit wäre, dass ich das müsste damit umgehen. Ich setz mal hier ein paar Taglinge an. Einfach nur der Vorständigkeit, aber wie soll... Ja, mach das mal. Ich mach hier währenddessen, baue ich hier so mit... Ich bin hier dabei. Es läuft im Moment. Was wird denn... Hast du ne Ahnung, was jetzt gleich passieren wird? Wahrscheinlich wieder irgendwelche Wellen? Naja, wir müssen ja das Ding da... Müssen wir das irgendwie beschützen oder so? Nee, 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 es darf ja nicht entkommen. Also, ist ja mit beschützen... Ah, shit. Ähm... Ja. Ähm, ich hab leider den Supply geblockt. Hä, 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 hä. Oder? Guck mal, hier hinter uns sind irgendwelche Schiffe, siehst du? Forschungsraumschiffe. Oh, denn? Was ist unter uns hier? Das Gelbe auf der Karte, falls du das siehst. Oh, ja, das sind Sachen. Ach so, das... Wusstest du wahrscheinlich nicht. Das sind Sachen. Sachen, von denen du immer redest. Ich hab da mal ne Einheit... Oh! Okay, ich hab da mal ne Einheit hingeschickt nach oben. Verteidigen. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, deswegen müssen wir verteidigen. Siehst du das? Ja, ja, das verteidigen wir dann. Verteidigen wir dann. Äh, scheiße. Jetzt hab ich das Ding nicht gebaut. Ich vollhorst. Ich bin nicht so ganz dabei. Ich muss jetzt mal... Ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren hier. Ich mag das schon. Du hinkst. Du hinkst ein bisschen. Ich hab da noch ein bisschen davon. Und der haut hier drauf. Oh, das dauert Stunden. Ach, warte mal. Ich kann noch hier solche Leute bauen. Und die hauen einfach mit drauf. Nice. Nice. Ach so, gute Idee. Gute Idee, gute Idee. Gute Idee. Ich denke an meine Leute und meine komischen Fähigkeiten, weil ich so krass bin. Ich muss warten, bis Kerrigan hier wieder aufersteht. Kerrigan mit Kerrigan. So, kann ich eigentlich ein Mutterschiff bauen? Nee, ne? Nee. Forschung abgeschlossen. Geil. Hey Leute, zack, zack. Zack. Denkst du noch hier ab? Könnte nochmal hochgehen und schon mal Sachen kaputt machen, aber ich lass das lieber. Mache ich noch eine Queen direkt? Ach, mach einfach mal. Einfach machen. Einfach mal machen. Einfach mal machen. So was. So, kannst du dich bald mal hier injecten? Okay, jetzt direkt rin ins Viech. Setz mal was an. Kerrigan ist jenseits des Todes, sagt sie. Deine Königin hört sich nicht. So gut, oder kommen Sachen? Meine Königin hört mir zu. Wo? Da oben? Da kommt ein Shuttle. Das ist ein Shuttle. Kerrigan ist gerade da. Ja, ich glaube schon. Ich habe nicht genügend Mineralien. Das ist doof. Ist hier irgendwas? Irgendwas? Oh, oh. Unsere Gegner sind Terranas. Unsere Gegner sind Terranas, ja? Oh, ja. Ich habe sie aufgefressen. Nice. Okay, ich habe jetzt ein paar von den Stalkern. Das ist gut. Kann man so sagen. Das ist sehr gut. Ist das jetzt nicht? Dann baue ich auch eine Schmiede. Oh, Overlords. Muss mehr Overlords erschaffen. Dann kann man jetzt die Queen gebaut. Und die soll hier mal ein bisschen... Pfingsten. Okay. Oh, da kommt ein Shuttle. Das ist die Frage, ob man da in die Richtung geht. Oder was? Es muss vernichtet werden. Es muss vernichtet werden. Hilft nichts? Dass es vernichtet wird. Oh, was? Ach so, lag das da an gerade? War das doof? Geht das? Ja. Sollen wir da hingehen? Wir bleiben jetzt erstmal hier, ne? Ja, weiß ich. Ich weiß ehrlich gesagt, ja. Würde ich sagen. Weiß ich. Ich weiß ehrlich gesagt. Du weißt nicht so viel. Aber das ist okay. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich gehe mal vor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich tue es mal anders. Erkläre dich. Du bist meine Einheiten. Und die drei ist Kerrigan. Das ist nett. Du musst dir gleich... Ah! Nicht mich töten, bitte. Was willst du? Deine Königin hört dir zu. Achso, ich bin wieder hier. Bist du hier bei mir? Bin bei dir. Sowas von. Komm, Leute. Guck mal. Oh ja, hallo. Ah ja, genau. Du brauchst die Hydra. Das ist gut. Mal da links... Willst du da links hin und ich bleib hier rechts und mach das Shuttle kaputt? Guck mal, siehst du das da links? Da kommt jemand. Ich seh das. Ja, mach mal so. Meinst du, du hast das? Ja, ich schaff das. Digga, links! Na gut. Digga, links! Digga, links! Oh, das sind viele. Ah, shit! Meine Micro! Ich glaub, ich lass die... Mal hier stehen. Was machst du hier mit deinen... Deine Einheiten folgen mir? Nee. Nee, ich hab die so rumgeschickt. Ich hab die rumgeschickt. Der Warpknoten ist inaktiv. Was du heute kannst besorgen, sagt sie. Das solltest du direkt mitnehmen. Das ist morgen auch noch da. Gewagt. Ups. Sehr gewagt. Was ist das hier? Die müssen... Was? Was machen wir mit denen? Sag es mir? Was? Das sind weitere Shuttles, oder was? Shuttles. Die da jetzt kommen, meinst du? Shuttles. Hauptziel aufgespürt. Vernichtet es, bevor es entkommt. Okay. Ich musste hier noch ein bisschen Gas bauen. Das war ganz wichtig. Wo ist meine Queen? Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen mal Lufteinheiten. Ich muss an einen sicheren Ort eskortiert werden. Ach, shit! Okay. Ähm... Aufteilen? Bonus-Ziel bewegt sich zu mir, oder was? Aufteilen? Bonus-Ziel bewegt sich jetzt hier. Ja, ja, ich wollte sagen, ich bin bei mir ein bisschen. Hast du genug Anti-Luft-Einheiten? Weil da, wo du jetzt bist, da rechts, da kommt ja das Shuttle hin. Ähm, gleich, ja. Hm, verstehe ich. Verstehe? Hast du? Habe ich quasi... Ähm, bald. Nee, habe ich. Okay, Ringer hat gesagt, feindliche Streitkräfte. Da müssen wir natürlich jetzt drauf hören. Die Queen of... Du bist da rechts bereit, ne? Ich bin so bereit. So bereit. Oh, oh. Mach jetzt kaputt! Bist du es hinten da? Ja, 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 ja. Mehr Mineralien, Digga. Bin ein bisschen unten an. Hinten an mit Mineralien. Oh, shit. Oh, shit. Ich werde das Ding nicht retten können. Nicht? Wahrscheinlich nicht. Das sieht doch gut aus. Nein! Und es wird kaputt gemacht. Ja, geh da rein jetzt da. Du musst die Dinger... Du musst da auch mal was machen. Ja, ich muss ja aber auch die Sachen kaputt machen. Die Milch kaputt machen. Es hat gelandet. Es ist wirklich geschossen. Geh rein da jetzt. Ja, ich bin doch da. Wo denn? Ich bin der Schwarm. Ich kann deine Hand spüren. Oh. Okay, ähm, ich hab jetzt die gleiche Probleme. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Warte, ich hab glaube ich zwei hier grad... Ah. Okay, das Bonus-Ziel ist am Arsch. Unser Arschl. Weißt du, was wir machen können? Photonkanonen und Dings. Davorstellen. Was können wir meinen? Photonkanonen davorstellen. Und, äh, in meinem Fall, ihr Viecher. Verstehst du? Weil es sind ja Flughanheiten. Kriegst du da hin? Wo? Ich, hier? Ich hab grad ein bisschen Angst, muss ich grad echt sagen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich muss meine Mannschaft hier wieder aufbauen. Siehst du, jetzt hab ich schon wieder meine Kräfte nicht benutzt. Das hätte ich mal machen können. Ich bis jetzt auch noch nicht. Ich bedenke das immer nicht, weil ich so ein Rops bin. Hm, was du, äh, was bist du? Ein Horst. Ein Horst? Ja. Würde ich so nicht sagen. Naja, doch, vielleicht schon. Vielleicht manchmal ein bisschen Horst dich angehaucht, aber... Horst dich angehaucht. Das finde ich super. Das, äh, mag ich so an dir. Was? Die fliegen zu dir da, ne? Kriegst du das hin? Oder soll ich... Die fliegen zu mir da. Du meinst ja nach links, oder was? Genau, nach links da, hm? Wissen? Na, momentan kann ich das schaffen, ja. Vor allem, wenn ich jetzt mal an meine Kräfte denke, was ich immer so gerne vergesse. Ich brauche noch ein paar... Oh ja, schon wieder. Ah, fuck, ey. Overlords. Deine Königin hört dir zu. Okay, also ich stehe hier bereit. Deine Königin hört dir zu. Aber das sind wenig Mineralien, ne? Mineralien? Was ist das? Mineralien. Also wenig Mineralien. Ich auch, irgendwie. Jetzt mal noch ein paar Dings hinterher. Und noch ein paar... Oh, was ist denn das hier? Mutalisomorphen. Hä? Achso. Ja, hauen wir rein, ne? Hau mal rein, ne? Immer reinhauen! Es ist nie schlecht. Gehst du das hin? Geh mal ein bisschen weiter ran, na? Ja, noch bin ich hier sehr, sehr gut. Du hast da so ein Vieh. Ein... Eine Taste Lope. Bei mir ist was los, warte mal. Bei mir ist was los. Ähm... Ich muss halt hier Sachen machen, ne? Also... Kommt, Jungs. Hört mal miteinander. Oh, bei mir ist alles gut. Oh. Ja, ich hab's hier durch. Soll ich vorkommen? Ich komm jetzt ran zu dir. Alles gut, ich komm... Bis jetzt, klar? Ja, ja, ja. Shit, Kerrigan, komm. Komm mal raus. Das Bonus-Ziel wäre ja nach da vorne, wo du gerade auch bist, ne? Mann, Kerrigan. Hau ab da. Ich bin so weit. Okay. Achso, jetzt bist du jetzt echt hergekommen? Ja, es ist ja... Es gibt ja auch sonst nichts zu tun gerade. Und kannst du nicht da in der Mitte irgendwie, siehst du? Da sind da noch... Ja, ich kann da hier ein bisschen aufräumen. Jetzt, guck mal, jetzt kommen da wieder die Viecher und die wollen nach links und nach rechts. Tja, dann müssen wir wohl links und rechts sein. Grab dich ein, Kerrigan. Grab dich ein. Sei ruhig. Sei entspannt. Fühle dich wohl. Das verständlich nicht. Zu den Waffen. Okay, bist du da beim Bonus-Ziel oder nicht? Bin beim Bonus-Ziel. Stimmt ja gar nicht. Klar. Doch, bist du. Okay. Ich hab nichts gesagt. Wollte ich sagen, dass du nichts zu sagen... Du solltest da mal weniger sagen. Sag mal lieber eine... Meine Mannschaft ist gut. Ich geh mal hier... Ich geh sogar noch ein bisschen vor hier. Oh, meine Streitkräfte ist hier... Meine Streitkräfte... Ja, was ist mit denen? Die sind am Kämpfen. Aber spontan angefangen zu kämpfen. Bin nicht gut. Oh shit. Okay, ich ziehe mich hier mal erstmal zurück. Ja, ja, mehr Spingas. Was ich bis jetzt irgendwie... Meine Bro. Gerade noch nicht Peile ist hier die... Wow. Wow. Okay, ich sag Bescheid. Ich hab das schon im Griff hier. Yes. Bei mir auch. Alle tot. Kein Problem. Oh, brauchst du Hilfe da? Nö. Alter, was ist das? Du eine Armee aufgebaut schon? Ja, man muss ja auch manchmal Sachen machen, ne? Alter, Killer. Noise. Noise. So, komm mal her, Carrie. Du hast jetzt hier noch geschlafen. Du bist der Schwarm. Ja, ja. Schwarm, der Schlafen lösen. Bleib mal ruhig jetzt. Angriff. Verrennt sie einfach. Ach so, hier. Den machen wir mal auf sechs. Und wir müssen hier mehr Sachen bauen. Was ich das erst jetzt mache, ne? Ist nicht gut. Ey, du machst dir hier Sachen kaputt. Ich mach jetzt hier kurz mal... Geh mal rüber über das Mäppchen. Oh, jetzt kommen mehr. Ja, wir könnten natürlich schon mal vorgehen und so viel kaputt machen, wie wir vorne machen können. Sag mal, tut das nur, dass Carrie-gan hier alleine irgendwo rumsteht. Ne, die soll eigentlich da mitflötschen hier. Ja, tut sie aber nicht. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was ist mit dir los, Carrie-gan? Machst du die links? Ich mach die Mitte. Mach du die links. Ich mach die links? Jetzt bist du ja schon da. Ne, ich mach... Das ist hier in der Mitte. Ach, das ist in der Mitte. Warte mal, ich muss mal erst mal bei mir kurz. Wow, okay, Rückzug. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Overlords. Deine Königin hört dir zu. Meine Königin hört mir zu. Ich bin der Schwarm. Fuck. Ich bin so weit. Yes. Also, die Dinger haben wir jetzt schadenstechnisch nicht das Problem. Kommst du da klar rechts? Also, Assimilatorwelle. Ähm, Sprungangriff. Kommst du da klar rechts? Ich komm klar. Äh, neben der Welle. Okay, Bonus-Ziel. Ähm. Alter, hier Mitte. Mitte? Oh Gott. Und? Komm mal. Ihr sollt aufhören hier. Kommt. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Und ich? Hast du gekriegt? Ja, klar. Ich habe hier wieder zurück, weil hier... Es wurde zu Fall gebracht. Es wurde zu Fall gebracht. Das Problem ist... Bleiben Sie ruhig. Ich habe hier echt Leute verloren, ne? Ja, ich bin auch gerade am Nachjustieren hier. Ich mache zu wenig, äh... Sachen. Ja. Hier, Drohnen. Ich habe ein Drohnen-Problem. Ich habe jetzt mal salopp. Ja, dann mach... Ich habe eine Idee. Na? Mach einfach Drohnen. Alles wird gut. Aha. Ich mache das Modus-Ziel hier links, ja? Ja, ich merke das schon. Ich bin der Hauptziel aufgespürt. Vernichtet es, bevor es entkommt. Ja, ja. Oh, da sind ja vier. Macht euch bereit, zuzuschlagen. Sprich... Okay, das Herr Easy Peasy könnte eigentlich zu dir kommen. Alter. Okay, pass auf. Ich helfe dir einfach mit meiner Kraft hier. Ach, ja. Aber ich... Oh. Das ist geil. Das machst du gut, guck mal. Ja, ne? Ja. Entschuldigung. Kerrigan darf nicht sterben. Wir gehen erstmal wieder runter und holen... Siehst du das auf der Karte? Mit der auf der Karte? Ist da irgendwas... Ja, ja, aber ich will jetzt hier... ...das hier machen. Und die hier... Oh, shit! Oh, hier. Kommt, Jungs, weiter ran. Oh, oh, oh. Attacke! Kerrigan ist gleich tot. Und da... Nein, nein. Weiß nicht, ob wir... ...ob wir die Dings töten müssen? Also die... Wie was? Ähm... ...die Bauten von denen so? Ich glaub, das ist nicht notwendig, nein. Meinst du, die kommen trotzdem? Also das hier so... ...das hier und... Also ich kann... Ich würde jetzt auch hochgehen und Leute kaputt machen. Ja, mach ich auch gerade. Okay, ich probierte es. Ich... Ich... Ich probierte es. Verliere keine Zeit. Ähm... So, noch mal davon. Mann. Nervis P-Gas. Ah, guck mal hier. Was ist denn eigentlich mit ein bisschen Updates so? Was sind... Was sind Updates? Updaten. Updates updaten. Achso, ja, das mach ich. Ja? Okay. Das mach ich die ganze Zeit. Ich bin ganz... Ich bin ganz... Ganz gut dabei. Hi, hi. Ich bin richtig... Ich bin richtig... Also ganz oben mit in der Liga. Quasi. Apropos Liga. Hast du ja ein paar Spiele gemacht. Welche Liga machst du? Nee, erstmal nicht mehr. Wollen wir jetzt nicht drüber reden lassen. Das ist auch mein Problem. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, du bist schon wieder... Ja, klar. Okay, warte mal. Ich ziehe mich mal hier zurück, weil eigentlich... Ich muss Karring wieder auferstehen lassen hier. Nein. Weil eigentlich will ich ja hier die Hauptmission fertig machen. Ja. Wow. Okay, da sind so krasse Dinger. Bei dir da? Ja, aber ich glaub, die krieg ich locker hin. Oh, easy peasy. Oh, mit denen Raumschöten so, Alter. Kannst du doch aber da rinnen, oder nicht? Oh Gott. Bei mir ist das los. Hier ist bei mir das los. Bei mir ist ganz viel los. Soll ich da... Oh mein Gott. Gewagt. Ähm. Und in der Mitte ist irgendwas? Ja, ja. Da bin ich auch gerade dran. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Wir brauchen mehr Mineralien. Habe ich? Bitte, habe ich. Komm mal mit drin, hier. Was du heute kannst besorgen. Oh. Okay, ich behaupte mal, eigentlich noch alles relativ easy peasy. So weit ist das schon so. Ich hänge aber wirklich dir doch um Längen hinterher, ey. Was heißt denn hinterherhängen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin da... Hast du noch mehr Basen offen? Nee. Beistück. Beistück gibt es ja auch nur zwei, ne? Ja, aber kannst du nicht mehr haben. Hast du nicht? Kannst du das? Geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Nicht möglich. Gut. Vielleicht wusstest du das noch nicht. Nicht so wirklich. Ich habe gerade mal 23 hier Kriegseinheiten. Was ist in der Mitte los? Kriegst du hin? Krieg hin, ja. Haut rein. Oh, oh. Er ist noch am Leben. Ja, ist noch am Leben. Ich lasse ihn noch mal kurz. Ja, easy. Easy. Guck dir mal die Armee an, Alter. Ja, ja. Du bist da schon... Pat unterwegs. Also ich hätte jetzt auch Bock... Ah, ich wollte gerade sagen, wir können ja noch mal alle kaputt machen, aber so geht es auch. Geh mal es durch. Kein Problem. Hast du es gesehen? Ich glaube, das hättest du auch fast alleine gemacht, du. Also mit der Armee gerade da? Ja, aber wir mussten uns halt auch aufteilen, ne? Das war ganz gut. Das war... Einer hier, einer da. Wunderbar. Das ist unser neuer Spruch. Einer hier, einer da. Wunderbar. Das ist unser neuster Spruch. Warte mal, wenn ich jetzt auf Verlassen drücke, dann haben wir eine Übersicht, oder was? Ja, haben wir. Missionsstatistik. Das muss man sich ja mal angucken. Das ging jetzt 14 Minuten, das hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, ja. Achso, das hat ja noch mal 10 Minuten geladen am Anfang. Ne, das waren nur 3. Ich habe zugeguckt. Die Sekunden gezählt. Nice. Ja, cool. Okay, also wir haben 46.000 EP. Fast 47.000 habe ich gekriegt. Ich glaube, es hat 334 Einheiten gebaut. Vernichtete Einheiten und Gebäude hast du viel mehr als ich. Komisch. Viel mehr als ich. Ja, du hast dich einfach auch nur, sag mal, hinten drin gestellt, ne? Das ist ja... Hab man schon gesehen. Aber Einheiten und Gebäude nehmen die zusammen, das ist ja komisch. Aber du hast mehr Shuttle-Schaden. Shuttle-Schaden. Abgebrauchte Ressourcen. Mehr Shuttle-Schaden. Ja, cool. Er läuft. Das hat doch Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir dann ab der nächsten Folge vielleicht... Was nächste Folge passiert, ne? Also ein bisschen gegeneinander oder miteinander irgendwas anderes. Das wird sehr, sehr, sehr spannend. Wir werden es nicht verraten vorher. Mach dich platt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.